Willkommen liebe Modellwandfreunde zur Herbstpräsentation zur Neuvorstellung aus dem Hause ESO und ich habe mir eins einfach gesagt wir klotzen und wir kleckern nicht und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen die meisten von ihnen werden ihn schon kennen die Unterstützung gibt mir hier heute zur Neuvorstellung Jürgen Lindner, der Chef persönlich von ESO. Herzlich willkommen lieber Jürgen. Hallo Frank, guten Morgen, vielen Dank, dass wir das heute machen können. Ich habe mich extra in die Bundeshauptstadt Berlin begeben, um ihnen und auch euch unsere Herbstneuheiten 2020 zu präsentieren. Wir haben uns wieder einiges einfallen lassen, auch gerade in dieser Corona-Zeit, weil wir ja wissen, dass die Modellbahner jetzt gerade mehr Zeit haben als den meisten lieb ist, sodass man doch wenigstens im Hobby die Zeit sinnvoll nutzen kann. Wie ist denn das, weil du ja gerade über Corona-Zeit sprichst, ist ja ein hochaktuelles Thema. Wir wissen, dass viele Veranstaltungen abgesagt worden sind, aber es haben aber auch die Firmen viel damit zu kämpfen, glaube ich, jetzt mit dieser Corona-Epidemie, weil es ist ja auch kein Geheimnis, wird ja auch viel in China hergestellt. Wie ist das bei euch gewesen? Also im März und April hatten wir natürlich schon unsere Bedenken, weil ja auch die Fertigungsstätten in China geschlossen waren und eben auch der Einzelhandel nicht eröffnen durfte. Allerdings muss ich zwar sagen, die Chinesen haben das sehr schnell in den Griff gekriegt, zumindest arbeiten die wieder. Wir haben also eigentlich nur vier Wochen verloren und auch seit der Einzelhandel wieder offen hat, versuchen wir natürlich alles, was an Rückstand da war, aufzuholen. Insgesamt tut uns natürlich schon ein bisschen weh, dass es keine Messen gibt. Wir treten ja gern auf Messen mit unseren Kunden in Kontakt, schnappen da so gerne auf, was die Leute eben so für Wehwehchen haben und was vielleicht noch alles sinnvoll wäre. Aktionen wie heute mit diesem Video sind eben im Prinzip ein Ausgleich, mit dem wir trotzdem irgendwie die Kommunikation halten wollen. Insgesamt muss ich sagen, ist bei uns, kann man sagen, Business as usual. Wir haben Gott sei Dank keine großen Probleme in der Firma selber. Wir sind ja auch nur ein kleines Team, wo wir die Hygieneregeln recht gut einhalten können. Also das dazu und das Statement, liebe Zuschauer. Sie sehen also, die Modellbahnindustrie arbeitet im Hintergrund fleißig weiter. Und deswegen sind wir jetzt auch in der Lage, wie gesagt, vielen Dank, dass du in die Bundeshauptstadt gekommen bist, zu uns ins Studio. Deswegen sind wir auch in der Lage, Ihnen die Herbstneuheiten zu präsentieren. Und ich kann Ihnen schon versprechen, was hier rechts und links neben dem Tisch liegt, sehen Sie gar nicht. Aber Sie werden staunen, was alles heute unser Jürgen Lindner präsentieren wird. Mit was fangen wir an, Jürgen? Ich würde sagen, wir fangen mit unseren N-Wagen an, mit den Silberlingen, die wir ja letztes Jahr im Herbst neu vorgestellt hatten. Die haben sich auch schon sehr gut im Markt eingeführt, sodass wir teilweise auch schon werkseitig ausverkauft sind im Moment. Da kommen aber eben neue Varianten, die wir jetzt als allererstes mal vorstellen. Und bei Silberlingen, liebe Zuschauer, fällt mir gerade das Stichwort wieder ein, das unendliche Thema. Also ich würde fast behaupten, es wurden selten so viele Wagen nachgebaut und in Form- und Farbvarianten gebracht. Auch bei der Richtchen-Eisenbahn, auch bei der Modellbahn. Es ist unglaublich und es spricht ja auch immer wieder, wenn man zwischen den Zeilen liest, bei den Kunden. Die möchten diese Wagen haben. Ja, und da hast du uns natürlich was ganz Tolles mitgebracht. Den ersten darf ich mal aufs Gleis stellen. Gerne. Ich werde es machen, liebe Zuschauer. Du kannst dabei schon mal... Ja, genau. Du fängst mit dem Steuerwagen an. Jawohl. Also wir haben neue Varianten in der Epoche 4. Dieses Mal mit dem blauen Rahmen. Das war etwas, was immer wieder gewünscht wurde. Da gibt es einen kompletten Zug, der besteht aus vier Wagen. Einmal der Steuerwagen, so wie er hier schon auf dem Gleis steht. Bei uns, bei ESO, ist es so, dass unsere Silberlinge, die Steuerwagen immer komplett ausgestattet sind. Das bedeutet, es kommt ab Werk schon ein Digital-Decoder DCC Motorola mit und eine Innenraumbeleuchtung. Ja. Und nicht nur die Innenraumbeleuchtung ist drin, sondern auch der komplette Lichtwechsel. Das heißt rot-weiß natürlich, Führerstandsbeleuchtung und für uns natürlich ganz typisch eine Führerpultbeleuchtung. Genau. Und das ist ja auch sehr komfortabel für die Modellbahnfreunde. Die müssen also jetzt nicht erst umständlich irgendwelche Dekoder einbauen. Die kaufen den Wagen fix und fertig. Im Gegensatz zu den anderen Wagen. Genau. Der Steuerwagen ist fix und fertig, weil es ein bisschen schwierig wäre, den umzubauen. Der läuft natürlich auch auf 3-Leiter- und 2-Leiter-Gleisen. Also man hat den Steckschleifen, wie immer. Die Sitzwagen, zu denen wir jetzt kommen, da gibt es eben drei Varianten. Und zwar zweimal 2. Klasse Wagen. Also der Wagen selber ist identisch, bloß eine andere Betriebsnummer. Also der Wagen hier... Den gibt es in zwei Nummern. In zwei Nummern. Ich schiebe den mal ein bisschen rein. Und der hat jetzt ab Werk keine Innenraumbeleuchtung, aber man kann sie sehr, sehr einfach nachrüsten, weil alles schon vorbereitet ist. Okay. Sprich, man macht nur das Dach runter und steckt dann die ESO-Innenraumbeleuchtung ein und lötet zwei Kabel an. Und jetzt höre ich schon wieder im Hintergrund die Zuschauer um, Dach ab selbst machen. Keine Sorge, liebe Freunde. Auch das wird mal Gegenstand demnächst eines Lehrvideos sein. Wir haben uns nämlich vorgenommen, die ESO-Beleuchtung in die ESO-Wagen einzubauen, um ihnen also ein bisschen auch die Angst zu nehmen. Keine Angst, es geht alles. Ganz prima. Also es ist wirklich sehr einfach. Und damit man das, da man das Dach so einfach abnehmen kann, ist es auch relativ leicht, die Wagen sozusagen mit Passagieren zu besetzen. Sehr wichtig. Genau. Entsprechend detailliert, gerade in der Epoche, haben wir natürlich die Vorhänge und die Gepäcknetze nachgebildet, auch mehrteilig und mehrfarbig. Was wir jetzt auch gerade sehen, liebe Zuschauer, das ist schon eine ganz tolle Sache. Und es gibt natürlich auch noch einen 1. Klasse Wagen, beziehungsweise einen kombinierten 1. und 2. Klasse Wagen, wie im Vorbild. Das sieht man schon in dem Mittelteil gibt es eine andere Fensterteile, nämlich nur 5 statt 6, weil der Passagier in der 1. Klasse einfach ein bisschen mehr Platz hat. Und so hat man im Prinzip einen sehr, sehr vorbildgetreuen Nahverkehrszug mit 4 Wagen und eben eine passende Wendezugsteuerungsbefähigte Lok dazu, einen wunderbaren Nahverkehrszug. Und ich denke, du wirst den Nerv vieler Modellbahner getroffen haben. Denn ich weiß noch, als der Wittenberger Kopf kam mit den Wagen, die rauskamen, hörte man immer wieder, ja, der Karlsruher Kopf, der fehlt auch. Also der ist da. Genau. Und ich zeige Ihnen noch mal. Wir haben jetzt DNA mit diesem Orangenen Zwisch gemacht, so wie er also sehr, sehr lange eben unterwegs war im gesamten Bundesgebiet im damaligen. Und natürlich haben wir alle Köpfe. Wir haben den Hasenkasten, den Karlsruher und den Wittenberg Kopf. Also komplett die Familie. Genau. Um die Frage gleich noch vorwegzunehmen, wann werden die Wagen geliefert? Diese Epoche-Vierwagen sind spätestens im Januar bei uns. Ich hoffe vielleicht sogar noch vor Weihnachten, aber das könnte mit der Verschiffung ein bisschen knapp werden. Naja, wollen wir es hoffen, dass nicht so ein strenger Winter kommt, dass sie nicht durchs Eis kämpfen müssen, da könnten sie vielleicht doch pünktlich da sein. Dann gibt es natürlich noch was mit Wagen. Ja, in dem N-Wagen-Familie muss ich noch dazu sagen, was eher auf jeden Fall noch vor Weihnachten kommt, sind neue N-Wagen der Epoche 6, also die Rotlinge, wie man so schön sagt, die waren relativ schnell ausverkauft bei uns. Wir hatten schon zwei Serien mit unterschiedlichen Wagennummern, die sind alle weg. Und die Nachproduktion ist unterwegs. Die wird ziemlich sicher in der zweiten Dezemberwoche ausgeliefert. Auf jeden Fall noch rechtzeitig fürs Fest. Also ist es auch ein Zeichen dafür, dass viele Epoche 6-Fahrer unterwegs sind, wenn sie diese Wagen so schnell gekauft haben. Ja, also tatsächlich haben wir Fans aller Epochen bei uns in der Firma. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Epoche immer geht und die andere nicht. Das hängt auch ein bisschen vom Vorbild ab. Und klar, gerade weil halt Epoche 6 auch bei unseren Kunden offensichtlich von Interesse ist, haben wir noch andere N-Wagen gebracht, nämlich die vielleicht ein bisschen Baden-Württemberg-typischen Bewegt-Wagen. Genau, wir waren in Baden-Württemberg schon unterwegs, waren wir da als, man wird das gesehen haben. Ich habe das erste Mal, wo ich in so einem Regionalzug gesessen habe, liebe Freunde, das das erste Mal gesagt habe, ich dachte, die haben Buchstaben vergessen. Aber es ist absichtlich, welchen Wagen nehmen wir jetzt hier? Ich würde sagen, fangen wir wieder mit dem Steuerwagen an. Der hat jetzt dieses Mal genau einen Wittenberger Kopf. Ach so, den zeige ich erstmal rein. Das ist natürlich eine Abkürzung für Baden-Württemberg. Ja, da muss man vielleicht erstmal ein bisschen dahinter steigen. Die Farbgebung haben wir deswegen gewählt, passend zu unserer Lok. Wir haben ja auch eine Baureihe 245, also diese elektrische Lokomotive, die auf der Südbahn immer von Ulm wegfährt. Diese Wagen und Lok sind quasi die, die wir jeden Tag sehen, wenn wir unseren Neu-Ulmer Hauptbahnhof bewegen. Und auch hier haben wir natürlich einen kompletten Zug, bestehend aus dem Steuerwagen mit Digital-Decoder. Und Wittenberger Kopf in dem Fall. Ausrüstung, wie beim N-Wagen oder Link, wie wir gerade hatten. Die Ausrüstung ist technisch bei allen gleich. Natürlich optisch, wie man sieht, ein bisschen unterschiedlich. Dann gibt es auch wieder, wie der vorher 3x4, einen Zweite-Klasse-Wagen in zwei verschiedenen Wagennummern. Ja, du siehst schon, die Rollen sind ganz toll. Das ist unglaublich. Die sind extrem leicht im Rollwiderstand. Und was man jetzt hier sieht, ist eigentlich der kombinierte erste-zweite-Klasse-Wagen, sehe ich gerade. Kann man eigentlich immer ganz einfach sehen an den fünf Fenstern in der Mitte, das ist immer der kombinierte erste-zweite-Klasse-Wagen. Der weitere Sitzabstand, die größeren Fenster, sitzen die besseren Reisenden, also mit dem besseren Fußabstand. Haben wir jetzt mal ausnahmweise den falschen Wagen dazwischen, aber jetzt kommt der Zweite-Klasse-Wagen. Der Zweite-Klasse-Wagen sozusagen für die Masse der Pendler im Wesentlichen. Und auch da haben wir natürlich damals zwei Betriebsnummern, sprich vier Wagen. Auch hier wieder einen kompletten Nahverkehrszug. Kann ich mir sehr gut unsere Baureich 2,45 davor vorstellen. Und dann hat man natürlich eine wunderschöne Zuggarnitur. Wir möchten natürlich jetzt auch nochmal für die Merklinisten einfügen. Die Wagen sind ja alle mit Schleifer ausgestattet. Das heißt also, das Zuggewicht, das Rollgewicht wird ja etwas größer für die Lokomotiven. Kann man umgehen, indem man den ersten und den letzten Wagen vielleicht mit Schleifer versieht und die Mittelwagen mit eurer neuen stromführenden Kupplung versieht. Das wäre doch dann die Möglichkeit. Ja genau, also der Modellbahner hat mehrere Möglichkeiten. Er kann natürlich an jedem Wagen, wenn er möchte, einen Schleifer unten hin machen und hat dann sozusagen jeden Wagen autark mit Strom versorgt. Ich empfehle aber eigentlich eine stromführende Kupplung, um dann nur in dem Steuerwagen einen Schleifer zu montieren. Der ist ohnehin schon mit dabei. Und dann mit einer stromführenden Kupplung kann man im Prinzip sogar mit einem Schleifer für alle vier Wagen auskommen. Sollte ausreichen, ne? Ja. Wenn ich jetzt die Fragezeichen über Ihren Kopf sehe, liebe Modellbahnfreunde, die machen wir bei Zeiten beiseite. Auch da erscheint demnächst ein Video, wie wir Ihnen das zeigen, wie die stromführenden Kupplungen eingebaut werden. Wie die Lichtleisten eingebaut werden. Und zu guter Letzt, dass wir dann noch ein paar Läutchen in die Wagen, sodass der Wagen dann also komplett für Sie da ist. Auch das wird demnächst erscheinen. Da bleiben Sie also schön neugierig. So, das waren also jetzt die Wagen. Zu welchem Thema wollen wir jetzt kommen? Zum nächsten Thema, passend zu den Wagen, würde ich jetzt sagen, kommen wir zu einer Fahrvariante von Lokomotiven. Die erste ESO-Lok, die es damals 2010 gab, war ja die Baureihe 215, Schrägstich 218. Ja. Und ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben jetzt diese Bewegtwagen passend zu unserer bereits vorgestellten 245-Lok gemacht. Ja. Und jetzt kommen wir zum umgekehrten Fall. Wir hatten ja dieses Jahr im Frühjahr, also in Nürnberg, um genau zu sein, die N-Wagen auch in der Citybahn-Variante angekündigt und ausgeliefert. Die sind übrigens auch schon werkseitig alle vergriffen. Aber wir hatten keine passende Lok dazu. So, jetzt kommt die passende Lok. Genau, und natürlich im Forum und überall, auch per E-Mail, wurde ich immer wieder gefragt, ja, Mann, mach dir dann mal eine passende Lok. Wie wäre es denn, wenn wir eine Citybahn-218? Ja. Und natürlich haben wir den ganzen... Hast du natürlich ganz klar uns eine mitgebracht? Genau, wir haben natürlich hier den Wunsch sozusagen Genüge getan und haben unsere 218 komplett neu aufgelegt. Wir haben sie technisch verbessert. Das möchte ich vielleicht auch mal kurz in die Kamera zeigen. Mach mal, ich helfe dir dabei. Ich lese mal kurz nach unten. Also wir haben jetzt im Prinzip unten einen Umschalter, wo man zwischen AC und DC umschalten kann. Was wir ja auch schon mal in den Klassen hatten. Richtig, das ist jetzt der Standard-BE so. Und was wir auch noch eingebaut haben, was die 218 nicht hatte, wir haben jetzt Bremslichtflacker noch mit drin, also in die LEDs. Und die Loks kommen natürlich jetzt auch mit einem Loksan 5-Decoder und kriegen auch einen Doppel-Sugarcube, also so einen Zuckerwürfel-Serie-Grund-Lautsprecher. Also das Beste vom Besten. Genau, wir haben sie technisch komplett überarbeitet und natürlich auch mit einer entsprechenden Farbgebung ausgerüstet, sodass jetzt natürlich die Citybahn wieder komplett zum Leben erregt werden kann. Ja, wollen wir zu Spaß es haben, aber zum Leben erwecken. Können Sie mal etwas anschalten, natürlich. Jetzt wird es wahrscheinlich etwas laut werden. Das soll es auch. Das soll es auch, alles klar. Also man hat natürlich hier den 12-Zylinder, den TPC-Motor. Der natürlich jetzt erstmal vorschmiert. So muss ein Diesel klingen. Und wir haben auch diesen Sound komplett neu geschnitten und gemassert für den Loksan 5 mit allen Getriebestufen. Er hat ja ein zweistufiges Getriebe, dass wenn ich jetzt so Gas gebe, hörst du dieses Getriebezüge? Ja, ja, ja. Und dann gibt es erstmal den Turbolader, der sehr prägnant ist bei der Lok. Herrlich, einfach herrlich. Und auch die Lok hat natürlich das komplette Beleuchtungspaket mit Innenraumbeleuchtung, also Tür- und Standsbeleuchtung. Tür- und Standsbeleuchtung. Maschinenraumbeleuchtung auch. Maschinenraumbeleuchtung hat sie nicht. Das hat einfach keinen Platz mehr gehabt. Aber ansonsten sind mit allen rausgestellte Beleuchtungspaket, also Braut-Power-Pack, Kultensensor, Brautgenerator. Ah, sieht man, dass Brems... Genau. Das Bremsdichtslackern ist jetzt eben neu. Genau. Man hört natürlich auch die ganzen Geräusche, die da ungeschauten sind. So werden zwei Tonen Hufen mit drin. Also alles, was für diesen TBC-Motor ist. Und wie gesagt, die 218 ist ja heute noch in Ulm jeden Tag im Einsatz. Also ich sehe die eigentlich immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Das ist eigentlich schön, dass die Lok immer noch nach über 40 Jahren im Einsatz ist. Und ich kann Ihnen versprechen, liebe Modellwandfreunde, weil Sie jetzt sicherlich gesagt haben, Mensch, quatscht nicht so viel, ich will das hören. Es gibt noch ein extra Video dazu, das können Sie sich dann sicherlich auch auf der Seite mit anschauen. Wir machen das nochmal ganz extra. Heute wollen wir Ihnen nur erst mal zeigen, was gibt es alles und ein bisschen demonstrieren. Also es gibt dazu immer noch ein extra Video, wo Sie sich das in aller Ruhe ohne unseren Quatschen angucken können. Genau, das ist natürlich richtig, was du sagst. Was aber noch wichtig ist, diese Neuheit wird schon ab Mitte Oktober ausgeliefert werden. Also die Produktion dieser Lok ist durch. Im Prinzip in dem Moment, wenn Sie dieses Video sehen, sollten Sie die Loks bei Ihrem Händler bestellen und auch gleich haben können. Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass wir Neuheiten jetzt nur noch ankündigen, wenn sie wirklich spruchreif sind. Und das ist bei dieser City-Bahn-Variante genauso der Fall wie bei der nächsten 2.18, die ich noch nicht habe. Da können Sie sich natürlich alle denken, dass wir nicht nur eine 2.18 machen, wenn wir schon mal anfangen, die Werkzeuge sozusagen in die Hand zu nehmen. Wir haben auch die TEE-Variante nochmal neu aufgelegt. Die hatten wir schon mal ganz am Anfang. Die war relativ schnell vergriffen und immer wieder wurden wir auch auf Messen gefragt, macht ihr die mal wieder. Diese Lok hat einfach einen gewissen Freundes, einen Fankreis und es haben, weil die damals sehr limitiert war, nicht alle eine erhalten. Wir haben jetzt auch nicht die gleiche wieder gemacht, sondern eine andere Betriebsnummer. Die ist jetzt technisch natürlich auch genauso wie die City-Bahn-Variante mit dem Loks am 5-Decoder ausgestattet. Und also derjenige, der jetzt noch keine TE-Variante sozusagen ergattert hatte das letzte Mal, hat jetzt die Chance. Wir haben sie auch ebenfalls schon fertig produziert. Auch die wird in dem Moment, wenn Sie das jetzt sehen, können Sie die beim Händler gleich bestellen. Die Stückzahlen sind nicht allzu hoch. Wir werden sie dann auch definitiv so nicht mehr machen. Also wenn Sie da dann Interesse haben, machen Sie es vielleicht so, dass Sie lieber frühzeitig Interesse bekunden bei Ihrem Händler. Also ich kann Ihnen wirklich sagen, liebe Zuschauer, so wie Sie die hier vor... Ich muss noch mal anfassen, das ist unglaublich. So wie Sie die Lok hier sehen, es ist wirklich ein absolutes Schmuckstück. Die hat auch ordentlich Gewicht. Zeigen wir dann auch im Video nochmal, was die wiegt. Ja, würde ich sagen, wenn es so ist, wenn weg, dann weg. Also liebe Zuschauer, halten Sie sich ran. Und vor allen Dingen die, die das interessiert hat, diese Intercity, die TE-Lackierung zu bekommen. Sehen Sie zu, tolle Lok. Und was es auch noch geben wird, die habe ich jetzt heute noch nicht mitgebracht, es ist eine Epoche 6-Variante, also eine Verkehrsrote 2018. Das sind also wirklich die, die jeden Tag noch rumfahren. Die wird allerdings erst Ende November ausgeliefert. Die ist gerade in Produktion. Ich bin da guter Dinge, weil es ist die gleiche Lok, bloß eine andere Farbvariante. Und die fangen immer mit den komplizierten Farbvarianten an. Und die einfacheren macht man dann am Schluss. Ganz klar. Vielleicht ein bisschen ungug, aber in der Fertigung läuft es eigentlich immer so. Also auch für die Freunde der Epoche 6 zum Beispiel kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die 2018 in Verkehrsrot unter unseren Silberlingen in Verkehrsrot macht ja eigentlich eine sehr gute Figur. Das sollte eine gute Figur auch auf ihrer Anlage machen. Eine klassische Variante, genau. Nach den neuen Farbvarianten und Fahrzeugen, was du uns vorgestellt hast, kommen wir jetzt zu den Formneuheiten. Und eins haben wir schon vor uns stehen, ein Doppeltaschen-Container-Doppeltaschen-Tragwagen. War es richtig so? Es ist ein Taschenwagen in Doppelausführung, um es genau zu sagen. Man sieht es ja schon, wir haben uns überlegt, was könnten wir hinter unsere Class 66, Class 7, da sind die Lokomotiven hängen. Und da bleibt natürlich, wenn man sich mal am Bahnhof rumtreibt und Güterzüge ansieht, nicht wirklich viel mehr übrig als Containerwagen. Und wir haben uns für diese Taschenwagen entschieden aus mehreren Gründen. Erstens mal sind sie europaweit unterwegs, zweitens haben sie eine ordentliche Länge als Doppel-Einheiten. Man sieht es ja auch, es gehen immer zwei 40-Fuß-Container drauf. Das bedeutet, man kann einen Ganzzug bilden mit relativ wenigen Wagen. Und das ist auch vielleicht für den Modellwaren auch eine finanzielle Erwägung, weil solche Zuggarnituren fahren eigentlich immer als Ganzzüge rum. Und nicht nur, dass die Wagen schön aussehen, sie haben ja auch allerhand Gewichtiges mitzubringen. Nämlich, das Fahrgestell ist in Metallausführung. Ja, die sind aus Zinkdruckguss, deshalb bringen sie natürlich auch ein bisschen was auf die Waage. Und sind natürlich dann auch ordentlich auf dem Gleis. Was natürlich typisch für Pullmann ist und ESO, ist natürlich eine sehr, sehr aufwendige Detaillierung und Farbgebung. Also sind wirklich alle Bedruckungen mit drauf, alle einzelnen Anbauteile. Wir haben die mit Klotzbremsen gemacht. Also das passt wirklich wunderbar zu dem Vorbild. Und auch von der Detaillierung her passt es natürlich zu unserer Epoche 6. Und auch der Hinweis hier nochmal für Sie, liebe Zuschauer, es gibt dazu nochmal ein extra Video, ein kurzes Remake, sage ich mal, wo wir in den Wagen nochmal auch in allen Einzelheiten Detaillierung in Kurzvorstellungen bringen. Deswegen, das ist uns wichtig, weil, wie gesagt, die sehen auch, wenn man schon hier davor sitzt, unglaublich gut aus. Ich glaube, die kleine Kamera sieht es auch schon ein bisschen, zeigt es auch ein bisschen. Aber dieser Taschenwagen kann ja noch mehr. Er kann ja nicht nur Container tragen, er kann ja auch... LKW-Auflieger tragen, genau. Das war eigentlich auch ein Haupteinsatzzweck oder ist ein Haupteinsatzzweck von diesem Wagen. Das heißt, Sie haben ja schon gesehen, die Container werden ganz normal auf die NEM-Aufnahme gesteckt. Auf die Zapfen aufgelegt, dann passen die auch drauf, die rasten auch ein. Und man kann natürlich auch entsprechend hier einen LKW-Aufleger reinsetzen, wenn man will. Was wir auch machen, das sieht man hier an diesem Beutelchen, das kommt bei jedem Wagen mit. Das sind zusätzliche sogenannte Ladebrücken, das heißt, die kann man hier entsprechend einsetzen. Das wird beschrieben, wie das geht und kann dann auch 20-Fuß-Container draufsetzen, wenn man unbedingt welche will. Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, ich finde, man sollte natürlich unsere Container belassen. Wenn Sie mal gucken, auch die Container sind nicht irgendwelche Ladegüter, sondern wir haben uns auch bei dem Container natürlich viele Gedanken gemacht. Also wir haben hier Container, die sind extrem detailliert. Man kann hier die Türen auf und zu machen. Die sind natürlich auch entsprechend filigran, also da vorsichtig behandeln. Sie haben wirklich angesetzte Einzelteile und es fehlt auch an der Bedruckung nicht an dem, was im Vorbild sozusagen... Ich halte es mal ein bisschen vor, weil dem Jürgen, seine Arme sind an der Stelle etwas zu kurz. Ich sitze an der Kamera näher dran. Ich schiebe mal diesen, wow, diesen leichtläufigen Wagen. Ich halte ihn das jetzt mal hier in die Kamera. Nochmal. Also die Türen gehen auf. Man kann also reinschauen. Da sieht man auch diese Profilbleche, die in den Containern sind, wie außen. Und was mich fasziniert, sind aber auch, wie du schon sagtest, diese angesetzten Teile, diese Verschlussriegel außen und die Bedruckung. Das ist der Hammer. Ja, wir haben uns da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich muss auch sagen, das Ergebnis gefällt mir auch sehr gut. Was auch noch ein Vorteil ist von diesen öffenbaren Türen ist, wenn man zum Beispiel so einen Containerkran hat, dann kann man jetzt eine Deckelaufmahnung von innen an den Magnet reinkleben und damit kann man den sozusagen auch anheben. Bei einfacheren Containern ist das immer so eine Sache, wie kann ich den zerlegen, kriege ich den überhaupt zerstörungsfrei wieder zusammen. Das ist natürlich hier eine einfache Geschichte. Und ja, wir haben den Wagen, das kannst du ja vielleicht nochmal zeigen, in fünf Varianten. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht nur eine einfache, es ist auch eine ganz tolle Geschichte. Und ihr habt ja die Marke Pullmann geschaffen, um also auch exklusive Wagenmodelle draus zu machen. Kann ich nur bestätigen, schon beim Aufmachen, liebe Zuschauer, es ist eine Augenweide, wenn man das macht. So, jetzt haben wir natürlich noch ein paar, nicht nur die Formneuheit, nicht nur die Farbvarianten, habt ihr natürlich mitgemacht. Genau, wir haben jetzt verschiedenste Containersorten eben gemacht von den üblichen CAI, die man natürlich immer wieder mal sieht, aber auch an Farbtupfer wie One oder MSC. Ich meine, man kann natürlich auch entsprechend die Container durchmixen, dass die nicht immer sortenrein sind. Jedenfalls haben wir fünf verschiedene Doppelsets im Angebot. Das heißt, wenn Sie diese fünf alle kaufen haben, sind ordentlich lang im Zug schon bei anderen. Ja, das denke ich schon, ja. Und das war mir halt wichtig, dass man gleich einen kompletten Zug bilden kann. Die Wagen sind auch in dem Moment, wenn Sie dieses Video sehen, schon lieferbar. Ja, wir haben jetzt momentan sehr vorsichtige Auflagen gemacht. Ich hoffe, dass die relativ bald bei Ihnen ankommen, also auch hier nicht zu lange warten. Wir haben die auch zu einem sehr attraktiven Einführungspreis. Der wäre? Der ist bei 89,95 UVP. Also? Müssen Sie natürlich mit Ihrem Händler nochmal den genauen Preis abstimmen oder auf der Xtreme-Plattform natürlich auch gucken. Ich denke, das ist ein äußerst faires Angebot für dermaßen detaillierte, aus Vollmetall gefertigte Wagen. Ich glaube, das brauchen wir uns nicht verstecken. Also ich denke schon. Also dieses Angebot, dieses Doppeltaschen-Tragwagen ist, wir sehen ja auch, wie leicht der läuft. Das macht wirklich Spaß. Ja, das ist wichtig, dass man auch sozusagen in einem langen Zug natürlich einen leichten... Du hattest vorhin gesagt, du kannst eine Classics, die Six dir vorstellen. Mir fehlt hier einfach noch eine andere Lok dran. Haben wir da was zu bieten? Ja, also zu guter Letzt möchte ich Ihnen natürlich unsere absolute Top-Neuheit für das Jahr 2020, für den Herbst, nicht vorenthalten. Wir haben natürlich auch noch eine neue Lok gemacht. Allerdings jetzt weniger für die Containerwagen, aber speziell für die Freunde der Epoche 3. Es war fast naheliegend, dass nach der Neuauflage der 2018 wir auch eine Schwester, eigentlich die ursprüngliche Variante der V160, auflegen. Und so kann ich Ihnen... Jetzt hol sie her. Ich mache ganz schnell Platz, liebe Zuschauer. Die ersten Varianten, die Produktionsmuster unserer Baureihe 216 präsentieren. Hier sind die Zuschauer. Ich bin jetzt hin und her gerissen. Und welche die schönere ist, ne? Wahnsinn. Also, das ist ja nun... Das ist die ursprüngliche V160 der Epoche 3. Wir haben uns dafür entschlossen, gleich die Serienausführung zu machen. Es gab ja auch mal Vorserien-Loks, die ein bisschen anders aussahen. Die hat den Spitznamen auch gehabt, die Vorserien-Loks. Aber wir haben uns natürlich entschieden, wir machen die Serienvariante, weil die natürlich wesentlich länger gelaufen sind. Und lassen Sie sich nicht täuschen, es ist eine komplett neue Lok. Die ist im Vorbild ja 40 cm kürzer als die 2018, so auch im Modell. Das heißt, wir mussten ein komplett neues Gehäuse machen. Die hat andere Lüfter oben drin. Das sieht man auch, glaube ich, ja. Die hat ein anderes Chassis gekriegt, einen anderen Führerstand, weil der nämlich auch kürzer war. Ich halte die mal da vor, die Lok. Die 2018 ist natürlich etwas länger. Oder man sieht das auch. Und auch die ganze Dachanordnung ist ein komplett andere. Man sieht es auch im Bild, dass die wirklich kürzer ist. Also ein völlig neues Modell. Genau. Die Drehgestelle sind natürlich gleich. Und auch das Innenleben, teilen sie sich und Puffer und so weiter. Aber wie gesagt, ein anderer Führerstand, andere Maschinenraumeinrichtung. Und sie hat auch einen anderen Klang, weil in echt hatte sie einen 16-Zylinder-Motor. Den haben wir natürlich auch neu gemacht, sodass die auch anders klingt. Das will ich hören. Das will ich hören. Das will ich jetzt hören. Das kann ich einfach mal hören. Wir können aber in der Zwischenzeit noch mal schnell zeigen, dass es auch noch eine andere Farbvariante von der Lok gibt. Ja, also wir haben natürlich verschiedenste Farbvarianten. Wir haben einmal natürlich die klassische Epoche 3 in Altrot. Dann haben wir auch eine Epoche 4 Variante in Ozeanblau-Beige. Und es wird auch noch eine Epoche 4 in Altrot geben. Also je nachdem, wie natürlich auch noch eine Epoche 3 in Altrot. Und das ist auch noch eine Epoche 3 in Altrot. beziehungsweise mit dem remotor-Motor, die sind heute noch nicht. Sie hatten alle nur einen kleinen Nachteil. Ich habe das mal nachgelassen, ich wusste es auch nicht, dass zum Beispiel die Heizungen nicht gar so besonders waren im Winter. Dass es manchmal vor Zügen zwei Loks gespannt wurden, damit auch eine ordentliche Beheizung der Dezupang stattfinden könnte. Ja, da muss ich ja sagen, es gibt natürlich zwei Varianten. Das kann man hier auch sehen. Gut, dass du es ansprichst. Die 2.16 hat natürlich einen Dampfheizkessel. Richtig. Vorart H genug, der hat hier einen extra sozusagen, ja, einen Schornstein letztendlich dafür. Und später hat man natürlich auf elektrische Zugheizung umgestellt. Ja. Und das waren dann die 2.18. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Genau, deswegen, und die 2.18 hatten ja auch Gasturbinen teilweise an Antrieb gehabt. Ja, das hat sich aber nicht bewährt. Hat sich aber nicht so bewährt, das hat man, glaube ich, auch schon mal vorgestellt, solche Lokomotiven. Aber wie gesagt, das ist mir nur aufgefallen, dass ich das mal gelesen habe über diese Lokomotiven, und dass die eben im Winter nicht so besonders beliebt waren, weil dann musste noch eine 2. Lok dran, damit die Fahrgäste nicht frieren. So, jetzt wollen wir es aber hören. Ja, dann mache ich es dir gerne an mit dem 16-Sylinder-Motor. Ich werde die mal ein bisschen beiseite nehmen. Also es klingt auch schon anders als bei der 2.18. Die Vorstellung ist ziemlich ähnlich, aber... Gesehen, liebe Zuschauer, sie raucht sogar. Das ist ja für uns... Das war nicht abgesprochen jetzt. Das ist natürlich bei uns immer Standard. Ja. Der 16-Sylinder-Motor klingt nicht so kernig wie der 12-Zylinder, auch der Turbolader ist nicht so prominent. Ja. Aber man hört immer, wie er sich verschluckt beim Gas wegnehmen. Das ist typisch für den 16-Zylinder-Motor. Und man sieht auch wieder, da ist die gleiche Technik drin. Genau, auch die hat natürlich das gleiche Technikpaket mit dem Bremslichtflackern und allen sozusagen technischen Ausrüstung wie die 2.18. Also es ist ein sehr schönes Modell meiner Meinung nach, auch wieder aus Vollmetall. Und wie gesagt, sie ist extrem detailliert, auch von der ganzen Innenraumbegestaltung, auch im Maschinenraum. Ja, genau. Genau, wir setzen die mal davor. Weil dann könnte ein Beschwerder, habt ihr Alt-Rote durchgezeigt, jetzt zeigen wir weiter. So. Super. Genau. Und was wichtig ist für die Modellbahner, auch in dem Moment, wenn Sie das Video sehen, ist diese Alt-Rote, Epoche 3-Variante, bereits lieferbar. Mhm. Und die anderen Varianten, die wir noch machen, die kommen bis Mitte November. Die sind ebenfalls in der Fertigung schon vererweit. Wir haben, wie immer bei ESO jetzt in Zukunft, dieses Projekt in alle Stille sozusagen fertig gemacht und sprechen jetzt erst drüber, nachdem die Lok fertig ist. Und lieber Frank, du kannst auch mal gucken, auch hier kann man natürlich durchgucken. Man kann durchgucken. Ich gucke mal. Das ist ja für viele Leute immer ganz wichtig, dass man durch den Maschinenraum durchgucken kann. Tatsächlich. Das ist aber nur ein Fenster. Ja, das ist auch ein Vorbild, sodass man nur an einem durchgucken kann, weil es ist auch noch ein Motor dazwischen. Klar, muss ja irgendwo. Und wie immer bei ESO ist natürlich auch schon ein Lokführer im Führerstand 1 sozusagen drin. Ja, das habe ich auch beim letzten Mal schon bemerkt, dass ihr also auch euch ums Personal sorgt, dass also die Lok auch wirklich fahren kann. Lokführer ist schon dabei. Finde ich super. Tja, das ist natürlich jetzt eine absolute Überraschung für viele und auch sicherlich eine lang ersehnte Lok von vielen. Also ich würde mich freuen, wenn sie natürlich auf ihren Anlagen zum Einsatz kommen würde. Wie gesagt, es ist eine sehr, sehr schöne Lok und äußerst universell einsetzbar. Und ja, mir gefällt es. Es ist eigentlich eine meiner Lieblingsloks. So, liebe Zuschauer, was machen wir jetzt? Jetzt schnappen wir uns die Loks mit ein paar Wagen und werden sie natürlich noch auf einer hervorragenden Anlage für Sie präsentieren, damit wir also Ihnen auch mal so ein bisschen das Gefühl ansprechen. Aber ich denke, die eisernen Fans werden sagen, will ich haben. Aber ich denke, solche schönen Loks haben es verdient, auf einer schönen Anlage mit schönen Hintergründen zu laufen. Lieber Jürgen, vielen Dank für deine Präsentation. Die Fans werden es gerne gehört haben von dir, dass du sagst, wir bringen die Loks erst, wenn wir sie haben und wenn wir sie auch ausliefern können. Das war ja oftmals immer der Kritikpunkt, müssen wir ja auch ehrlicherweise sagen. Aber das finde ich toll, dass du uns hier in Berlin besucht hast. Ja, und dann kann ich nur im Namen auch vieler Zuschauer sagen, vielen Dank. Und wir hoffen noch auf viele, viele weitere Neuheiten. Kommt dieses Jahr noch was, außer das, was du angekündigt hast? Also dieses Jahr kommt natürlich nur noch das, was ich angekündigt habe. Und wir arbeiten natürlich auch noch daran, dass wir die noch die versprochenen Neuheiten sozusagen fertig kriegen. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Es ist nicht vergessen, es kommen wieder V60, definitiv vor Weihnachten. Da sind wir auch in DB, der Bohe 3 und 4 ausverkauft. Wir haben aber auch die vielen Fans der Dampflok, der 94,5, die schon sehr lange auf einer Neuproduktion warten. Nicht vergessen. Das ist bei mir eins meiner Themen, wo ich jeden Tag sozusagen gerade dran bin. Und auch, das möchte ich zum Abschluss sagen, auch die E103 ist jetzt in der Produktion. Ich muss leider sagen, wir werden es wahrscheinlich vor Weihnachten nicht mehr schaffen, aber sehr, sehr wahrscheinlich im Januar. Also wie gesagt, wir sind an allem dran. Wir machen alles am Schluss möglich. Aber wie gesagt, wenn es länger dauert, es wird erst ausgeliefert, wenn es technisch in Ordnung ist. Und bis dahin, denke ich, haben wir doch jetzt einiges Neues für den Modellbahner vorgestellt. Und wie gesagt, es gibt es auch alles mehr oder weniger. Ja, danke lieber Jürgen für die Worte und das, was noch kommen wird. Sie werden es gerne gehört haben und mit Wohlwollen. Ja, und bevor die Neuheiten, die nächsten Neuheiten im nächsten Jahr kommen, wollen wir uns natürlich nochmal mit diesen Neuheiten beschäftigen. Wir gehen jetzt zur Anlage. Vielen Dank, dass du uns in Berlin besucht hast. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihr Frank Puttich. Tschüss. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020